Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Offbound Beginnings Wir werden uns jetzt wieder Geld abholen Und wir holen uns jetzt mal 88 Huse Weil wir uns wieder viel kaufen müssen Und jetzt habe ich wieviel drin? 89, ok So, wir holen jetzt erstmal wieder Geld, äh, Essen Ganz viel Essen Ähm Und wir nehmen No, ne, wir nicht Wir nehmen uns den Sportdrink Ok Dann nehme ich noch Einen Orange Juice Und nochmal einer Ok Ok, ich hab kein Geld mehr, das gehen wir mal weiter Jetzt sage ich, gehen wir mal Geld Farmer Für neue Ausrüstung und so, nein, nicht hoch Darunter bitte So Und jederfalls wir müssen jetzt, ähm, ein bisschen leveln Weil wir brauchen noch ein bisschen Knete So, da weiß ich irgendwo ein Zombie, dem möchte ich jetzt nicht wieder begegnen Das ist ja schon Highlockens sein Das ist ja schon Highlockens sein Das ist ja schon Highlockens sein Ok Sollte ich es tun Ja, da sind noch Hippies, perfekt Fuck Fuck, ich hab vergessen meine Nein Shit Ich muss mich erst mal heilen Was? 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 Ich hab's ja Das wird ein cooles Battle Warum mediziert der Typ hier mitten im Kampf besiegt okay es geht schon mal ein bisschen besser voran aber ich muss mir jetzt erstmal davon was nicht von level überhaupt level 3 ich würde mal sagen ich bringe dich mal auf level 6 oder bei den hippies geht es ja eigentlich ganz gut so sechs schaden der attack macht das mäßig erstmal naja acht okay ihr greift an 6 oh nein jetzt wird sie doch heftig fuck schon wieder aber jedenfalls kostet ihm ist eine runde besiegt und kriege färten das level wir geben nur sechs erfahrungspunkte sich ein bisschen schade naja zumindest mal neun mich hat man auch den anderen hoffentlich die heilung relativ schnell weil es wäre gut wenn es mal bekommen würde halt okay eine schlange das ist ja jetzt nicht so schlimm und ja ich entscheide dass sie mir überhaupt noch zwei schaden machen kann aber ne das spiel ist anscheinend extrem schwierig ich meine ich bin jetzt schon mal einmal verreckt aber nur weil ich einen falschen gegner gesehen habe der war noch über meiner über meinem level ich habe irgendwie angst der neuer gegner 7 ja okay ganz so stark deswegen gibt es wahrscheinlich auch entsprechend wenig erfahrungspunkte aber was ist ein wally wie viel xp 5 na gut die gibt 5 und ich brauchte noch weitere 5 damit ich das neue level erreiche aber ich werde mich erstmal jetzt heilen gehen und brot kaufen und so weiter sorry es ist einfach wichtig dass man möglichst früh mal auf gutes level kommt weil ansonsten sterbe ich euch hier mehr weg wie es parts gibt und das habe ich eigentlich keinen bock ich habe eigentlich jetzt wirklich keine lust jeden part mindestens einmal zu verrecken ist hier ich hoffe mal dass ich wieder viel gekriegt habe schon wieder so viel okay das reicht erstmal jetzt habe ich schon mal 102 man sieht auch es lohnt sich vielleicht erstmal was so was haben sie schönes nix nix der sich gerade benutzen könnte oder kaufen könnte ja das machen wir mal später naja es bin die beiden was hatten wir eigentlich bestimmt antidote und so weiter das braucht jetzt auch noch nicht brauche jetzt später dann okay ich könnte mir ich sehe schon da könnte man so oder so nur dieses food kaufen also das essen der recht ist eigentlich eher nicht so der fall ja ich hätte es eigentlich gern auch ein brot gekauft ok und jetzt werde ich mal eben hotel einchecken damit ich geheilt bin und dann werde ich am ende vom part dann vielleicht noch speichern natürlich werde ich das tun jetzt schon rein tatsächlich ich will mir später mal geheimnis teilen bebo städter ich weiß du würdest deiner stadt gern helfen gut ein kind ist eben er hat am friedhof gestreut und ich bin aufgericht für die frühe reelektion und naja will früh aufstehen für diese wiederwahl du musst helfen bitte help ok oh ja natürlich mache ich das bringt ihr leben zurück und du wirst sicher ein held werden ja ok ich hab schon verstanden was er will mit dem kann ich irgendwie nicht reden oder ich auch will ich wahrscheinlich auch mal egal ich bin abort not nicht der stadtbürgermeister aber sein assistent herr bürgermeister statt da drüben ja ok also nichts anderes ok wo ich nicht das fucking hotel so mein guter die bemein zimmer 39 fiktig aber wir könnten zum bürgershop gehen und dort und so etwas holen ja sie wirklich mal geht irgendwie mit so so nein girlie es kann man bis hier her Junge aber wirklich sich fiktig junge ja bitte so nein ok dann werde ich mal was essen obwohl ich es noch nicht nötig ich meine ich kriege ja nachher eh ein level ab und wenn es halt richtig heftig wird und fresse ich halt mal kurz ein becken oder so aber ich glaube jetzt ist es noch nicht nötig ok könnte auch noch ein schwacher gegner sein naja ja der sprach da gibt es hier nur ein erfahrungspunkt wetten endlich was habe ich ja ich hab mal jawoll ich hab mal so lebens hoch aber ich hab keine pp wie ich kac das mache ich jetzt ne brauche ich nicht kurz wenn man so ein orange juice ok o.n. von trotz ich weiß gerne zumindest mal noch level 4 aber nicht wenn das so scheiße lang gedauert wegen diesen centiple ist na immerhin jawoll wieder so ein hippie der kann mir jetzt noch das level abgeben komm ja das könnte ihn wollen hätten naja vielleicht nicht das muss man sich mal vorstellen da mache ich mal nachher noch ein pic für das thumbnail aber schon scheiße vom kleinen kind verschlagen wird ok das macht mein bestes mal da mit dem schild alles klar gemacht was sagten das gute eigentlich junge mich mit verarschen ich bin so doof ohne co eigentlich hatte die mal eine zigarette in der originalversion gell hey bin ich jetzt nicht eigentlich schon level ab oder wie war immer noch nicht what the fuck was dodgen die hier und da und so rum halt die fresse alter ja jetzt gell jetzt krieg ich wieder eine auf die fresse gell was nein nicht mal ein sportgetränk junge das habe ich mir gekauft für 75 euro weh du gibst mir nach und ist geschenkt mit zurück na immerhin kampf hat wurde schwieriger um zwei geschwindigkeit wurde besser um zwei weißheit wurde besser um drei stärke erhöhte sich um zwei die kraft hat die macht hat sich um drei erhöht maximum hp um sechs maximum pp um sieben halt hat die ist wirklich mein ding geklaut diese blöde bitch diese blöde ich habe 75 euro geblächt für den scheiß so so gut cash card use eine 40 alles aber selbst wenn das reicht nie und nimmer das reicht halt mal so für ein brot das ist doch scheiße was soll jetzt ich werde jetzt speichern gehen so so heis ist ein dad hat man wieder 130 jetzt habe ich eine 40 spende es spendet dein geld doch bitte was was ich schön weise und so und ich habe nur 59 erfahrungspunkte und ich möchte bitte speichern und wir werden jetzt tschüss 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 okay also das war es erstmal man sieht sich beim nächsten mal wieder tschüss nicht die 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 Vielen Dank.